Herzlich willkommen auch in dieser Woche mit einer neuen Aktie im Fokus vom Format Free Stocks und Fit for Finanzen getragen. Mein Name ist Andreas Bernstein. Roland Jegen wird auch mit am Start sein. Nach dem Intro tauchen wir ein in die neue Quartalssaison. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, da hat sich ja einiges getan in der neuen Quartalssaison. Am Freitag eröffnen ja ein paar Unternehmen schon einmal den Reigen aus dem Dow Jones vornehmlich, wie zum Beispiel auch eines der großen Banken, die Wells Fargo. Ganz genau. Traditionell geht es immer mit den Banken los und da ist Wells Fargo sicherlich einer der renommiertesten und bekanntesten. Und vor diesem Hintergrund schauen wir uns die Aktie heute noch mal etwas näher an. Ja, in einigen Stadtbildern, auch mit dem größten Gebäude übrigens, das habe ich mal hier rausgesucht, das ist in der Nähe der Rocky Mountains aufgenommen und das ist schon beeindruckend, was das für ein Fels in der Bankenlandschaft darstellt. Ja, eine beeindruckende Perspektive, die man hier sieht auf diesem Foto mit den Bergen im Hintergrund, das macht schon was her. Ja, und es ist auch einer der vier größten Banken tatsächlich. Da geht das Ranking ja immer mal im Abschlag mit der Citibank auf Platz drei, auf Platz vier. Aber von der Bilanzsumme her muss man auf alle Fälle die Wells Fargo immer mit im Fokus haben. Ja, da hat man sich wirklich etabliert unter den großen vier mit weitem Abstand zu vielen anderen, die dann dahinter kommen und ja, liegt immer so auf Platz drei und Platz vier hinter einer Bank of America und einer JP Morgan, die weiterhin vorne die Vormachtstellung haben. Die werden wir uns sicherlich auch noch mal im Laufe des Jahres anschauen, aber zuvor auf die Wells Fargo, die wir nämlich im letzten Jahr uns gar nicht angeschaut hatten. Die deckte sehr, sehr viele Bereiche im Finanzjargon ab, also vom Private Banking über natürlich auch Kredite über das Geld anlegen und auch das Sparen. Und das ist schon etwas, wo man vermuten kann, dass im letzten Jahr mit den hohen Zinsen einiges richtig lief. Ganz genau, das war sicherlich für alle Finanzdienstleistungen positiv zu bewerten, dass die Zinsen hier massiv angezogen haben. Und ja, man ist spezialisiert sowohl auf Hypotheken als auch auf andere Kredite, Sparkonten und weitere Finanzdienstleistungen. Und ja, vor dem Hintergrund der gestiegenen Zinsen hatte man dann auf jeden Fall ein gutes Geschäftsjahr hinter sich. Das Ganze auch aus Nutzersicht ganz modern angeordnet mit einer eigenen App und so weiter, wie man es heute gewöhnt ist. Also da braucht sich Wells Fargo nicht zu verstecken. Und wir schauen auch noch mal ein bisschen in die Firmengeschichte hinein, denn die ist tatsächlich sehr, sehr alt und renommiert und hat eine 170-jährige hier Geschichte. Die stammt auch von den Gründern, die mit demselben Namen einhergingen, Henry Wells und William Fargo. Ich mag ja solche Storys. Ich auch. Ich finde das immer sehr interessant. 1852 ging es hier los, entsprechend mit der Wells Fargo Company. Dann gab es die große Übernahme im Jahr 1998, die Norwest Corporation. Und erst danach hat man letztendlich das Company weggelassen im Namen und ist heute bekannt unter dem Namen Wells Fargo. Im Februar 2017, um da auch mal einen Meilenstein noch hervorzurufen, war man mit 274 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung die zweitwertvollste Bank der Welt nach einer JP Morgan Chase. Und auch sehr profitabel, ursprünglich ja noch mit den Transportunternehmen hier Fuß fassend. Und die Schecks und auch die Erträge, die die Goldgräber hier in Alaska zum Beispiel zu Tage brachten, von A nach B chauffiert. Davon ist man jetzt mittlerweile weit weg und hat natürlich dann auch in der Hypothekenkrise erst einmal einige Rückschläge hinnehmen müssen. Zum Beispiel 2008 durch die Staatshilfen 25 Milliarden in Mitleidenschaft gezogen. Aber die konnten auch relativ schnell wieder zurückgezahlt werden. Genau, die konnten damals zügig zurückgezahlt werden. Da ist man bei weitem nicht so in Mitleidenschaft gezogen worden wie einige der Mitbewerbern oder sogar Unternehmen, die es heute gar nicht mehr gibt. Man hat dann auch sehr, sehr schnell hier im Jahr 2016 zum Beispiel wieder einen Gewinn erzielen können von 24 Milliarden US-Dollar, der entsprechend diesen Finanzhilfen von 2008 entsprochen hat. Und das will man auch hören und lesen, dass es Gewinnsprünge gibt. Letzten Endes hat man das in einem Segment auch erreicht, nämlich durch die Kostensenkungen ist der Gewinn sprunghaft angestiegen. Im vierten Quartal, das sind eben diese Zahlen, die am Freitag über die Ticker kamen. Aber natürlich gibt es bei vielen Bilanzen auch so ein bisschen Salz in der Suppe. Und mit dem selben Bild in der ähnlichen Pressemitteilung merkte man, dass der Nettozinsertrag ruhig hätte höher ausfallen können. Ja, also insbesondere der Ausblick dann auch aufs Geschäftsjahr 2024 hat die Anleger etwas enttäuscht, weil da geht man doch davon aus, dass dieser Ertrag wesentlich geringer ausfallen wird 2024 als noch 2023. Und das war einer der Punkte, die die Anleger auf jeden Fall in der ersten Reaktion dann kritisch beurteilt haben. Kommen wir uns gerne im Detail an. Immerhin ein Nettogewinn blieb zurück von 3,45 Milliarden Dollar, 86 Cent pro Aktie. Und der lag damit höher als vor einem Jahr. Da kann man schon mal einen grünen Haken dran machen. Ja, höher als im letzten Jahr, aber etwas geringer, als es die Analystenschätzungen erwartet hatten. Die hatten teilweise 95 bis 97 Cent erwartet. Von daher gemischte Gefühle beim Gewinn je Aktie. Der Gewinn also höher als im letzten Jahr, aber niedriger als gedacht. Die Rückstellungen haben belastet. Die Kreditverluste, die steigen an. Und das ist natürlich die Kehrseite von hohen Zinsen, dass zwar auf der einen Seite diejenigen, die Geld haben, ihr Geld stark vermehren können mit den Zinsen, aber die anderen, die Geld benötigen, also sich das leihen, auch viel mehr Zinsen zahlen müssen. Und die kommen dann teilweise in Schieflage, was eben dann zu diesen Kreditverlusten bei den Banken führt. Ganz genau. Die Ausfallrisiken, die sind auf jeden Fall da und sind auch angestiegen entsprechend. Hier sieht man auch, allein im vierten Quartal wurden 1,9 Milliarden US-Dollar an diese Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, angewiesen, um eben hier diese Ausfallrisiken zu decken. Die Eigenkapitalrendite, die ist entsprechend auch leicht gesunken auf 7,6 Prozent, während 8,6 Prozent hier anvisiert worden sind. Das Geld fehlt dann in der eigenen Bilanz und das hat sich im ersten Effekt auch negativ auf den Aktienkurs ausgewirkt. Der Dow Jones fast unverändert am Freitag, aber die Aktie schloss 3,3 Prozent niedriger und hat damit erst einmal wieder einen kleinen Abwärtstrend in den letzten Tagen bestätigt. Ja, das auf jeden Fall. Die Aktie ist zurückgekommen von den Hochs, die wir hier auch schon gesehen haben Ende Dezember. Das sehen wir später auch noch im Chart. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sich das weiterentwickelt. Man könnte meinen, bei so einem Graph von den Schätzungen auf Jahressicht, das ist eher ein langweiliger Wert, aber man kann es auch positiv formulieren und sagen, ein grundsolider Wert. Genau, ein grundsolider, ein stabiler Wert. Die Umsätze sollen sich auf diesem Niveau hier auch einpendeln, auch entsprechend in die Rendite und das Nettoergebnis. Von daher sicherlich ein stabiler, ein robuster Wert, den man auf jeden Fall zur Beimischung in seinem Portfolio kaufen kann oder auch spekulativ natürlich mal die ein oder anderen Swing-Trading-Positionen vielleicht eingeben, wenn die Aktie auf markante Unterstützungsniveaus zurückkommt. Ja genau, zwischen kaufen und halten tendieren auch die verschiedensten Analysten. Eine UBS hat die Kaufempfehlung abgegeben, eine Barclay sagt auch kaufen, andere sagen erst einmal zurückhaltend abwarten und genau dazwischen muss man sich entscheiden, wenn man die Analysten-Ratings hier zusammenfügt. Genau, eine Mischung aus Kaufen-Empfehlungen und Halten-Empfehlungen, aber insgesamt tendiert hier durchaus die positive Bewertung der Aktie. Jetzt bin ich gespannt, was du zur Aktie aus dem Chartbild mit dem FreeStocks-Tool heraus sagst. Ja, schauen wir uns die Aktie etwas näher an. Zunächst im Wochenchart, da sieht man natürlich das schwere Jahr 2020, dann die starke Gegenbewegung 2021, dann der Rücklauf Anfang 2022 und seitdem ist es eigentlich eine große Seitwärtskonsolidierungsrange, die wir jetzt über die letzten knapp zwei Jahre hier gesehen haben. Wenn man dann in den Tageschart etwas reinzoomt, dann sieht man, dass die Aktie sehr stark war zum Ende des letzten Jahres hin, im November und im Dezember, ist dann auch entsprechend über die Widerstandsniveaus bei ca. 47 Dollar und dann auch über diese Hürde bei ca. 48,5 bis 49 Dollar nach oben ausgebrochen, kam Ende des Jahres bzw. Anfang dieses Jahres dann zurück in diesen Bereich und hat dann nochmal eine positive Tendenz hier gezeigt, konnte aber die Hochs aus dem Dezember nichts rausnehmen und ist jetzt entsprechend nach den Quartalszahlen hier zurückgefallen unter diesen Unterstützungsbereich bei 48,5 Dollar und testet jetzt die nächste markante Unterstützung hier bei ca. 47 Dollar. Das sind die Hochs aus dem Sommer des letzten Jahres. Da muss man schauen, ob in den nächsten Handelstagen hier Kaufinteresse aufkommt. Ansonsten der 50-Tage-Durchschnitt zieht jeden Tag nach, liegt aktuell bei 45,5 Dollar und könnte dann vielleicht auch eine Unterstützung markieren. Vielleicht fällt die dann auch in einigen Tagen zusammen mit dieser horizontalen Unterstützung und bietet vielleicht eine interessante Einstiegsgelegenheit in diesem mittelfristigen Aufwärtstrend. Ansonsten sollte die Aktie sich hier wirklich unter 47 Dollar behaupten, dann kann es auch sein, dass sie nochmal hier die komplette Range durchläuft, die wir im November und im Dezember des letzten Jahres hier ausgebildet haben. Ja, oder man schaut sich die Dividende an. Mit 3,2 Prozent ist das durchaus auch ein Titel, der zumindest was die US-Inflation angeht, das Ganze hier wieder wettmachen kann. Ja, durchaus ein interessanter Wert auch für das langfristige Portfolio, da die Dividende doch größer ist als bei vielen, vielen anderen Mitbewerbern. Ja, wir werden weiter darüber berichten. Über den Bankensektor kommen ja auch noch ein paar Zahlen in dieser Woche. Also dranbleiben, den Kanal abonnieren und im Archiv auch weitere Infos abrufen. Vielen Dank, Ronald Jägen. Bis bald. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.